Ihr müsst immer wieder erneut auf Stufe 50 machen, damit ihr die guten Add-ons kriegt. Das heißt, ihr müsst immer wieder Punkte ausgeben. Immer und immer wieder. Früher war das ja so, die waren irgendwann Stufe 50. Ihr hattet die Prestige und das war's dann auch. Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt seid ihr am Arsch. Weil jetzt heißt es ausgeben, ausgeben, ausgeben. Übelst nervig, finde ich. Weil irgendwann ist er dann wieder Stufe 1, dann fängt es wieder bei 0 an und ja. Ist halt nervig. Die sind, glaube ich, alle da. Oder die sind dort hinten gespawnt. Ah, Sprint. Doch nicht. Ach so funktioniert der. Oh, das habe ich jetzt. Baby. Was? Die Ketten sind jetzt schon weg? Wir müssen kurz die Pressure aufbauen. Wer ist das denn? Nein. Oh mein Gott. Ich bin runtergefallen. Weiß nicht. Ich bin unterwegs. Scheiße. Ich sag ja, die Runde wird nicht gut für mich. Weil mit ihnen kann ich nicht so richtig arbeiten. Weiß nicht. Das ist halt so ein kleines Problem für dich. Der ist auf 0 gedroppt. Passt. Wenn ich die 3er-Kombo behalte. Oh, perfekt. Der wird auch nicht gemacht. Vielleicht können wir sogar 4. Scheiße. Sie wird geheilt. Das gefällt mir nicht. Sie ist geheilt. Noch nicht. Jetzt. Was? Was? Oh, oh, oh. Was ist das Sikon? Nö, die Tunnel nicht weg. Hallo, ist nur noch zwei Gents zu machen. Was soll ich machen hier? Was soll ich machen, was soll ich machen? Ah, da kommst du halt dran. Scheiße. Ich konnte wieder nicht abwarten. Ich war wieder zu hippelig. Das ist halt immer wieder mein Problem. Wir bleiben weiter hier bei der Dreierkonstellation. Passt. Das Gute ist, dafür wird, ja, du heißt RIP Alex. Ich glaube, das würde passen, oder? Das Gute ist, sie macht die Prozente schon selbst, wenn da das passt. Na, hast du Angst? Ich weiß. Das Gute ist, sie macht die Prozente, sie macht die Prozente, sie macht die Prozente, sie macht die Prozente. Definitiv. Weil die sind in der Mitte jetzt alle. Das heißt, die werden sich wahrscheinlich jetzt irgendwo sammeln und teilen. Das werde ich jetzt versuchen zu verhindern. Ach, hi. Hä? Hä? Gegen was? Was habe ich... vor allem? Genau. Ich weiß, die Verrät. Entfernung. Was hat die Prozente? Ja, das ist wirklich. So, das war's. Du stirbst jetzt. Moisen. Danke. Das zum Glück in der AT-Wall. Perfekt. Geil. Es kann gut sein, dass ich alle kriege. Guck mal, ich steh noch nicht mehr dran, alter. Geil. 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 Was ist das? Oh, der Tat. Oh, scheiße. Das Problem ist, ich muss sie jetzt langsam zu fassen kriegen. Jetzt. Perfekt. Okay, kein Dschint wurde, glaube ich, bisher angefasst. Äh, hoffe ich mal. Sie stirbt auf ihn, wäre das schon mal nice. Ich glaube, Mitte vom Tempel. Ja, der Jem wird gerade gemacht. White ist dran. Ja? Ja? okay wir haben sie alle hallo mikaela ach so das treffe ich auf einmal oder was sie rettet rettete typen wahrscheinlich das ist keine palette mehr mäußern alle weg alter chat ich habe mit dem tut alles klar ich das denn geschafft dass ich vier stück gekriegt habe mit dem typen alter also klar tunneln kämpfen ist ja standardmäßig aber ich habe sie alle ich habe mir da oben die tür einzutreten das kommt bitte bitte nach schade ich habe mal kurz nicht hängen geblieben hätte es gepasst das ist das ist das ist